Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Heute mal vor einer etwas anderen Kulisse, keinen Sportjobs im Hintergrund. Das hat folgenden Grund, ich bin nämlich im Urlaub, aber wir haben eine spannende Stelle reinbekommen, und zwar von den Rose Bambergs. Die bieten ein duales Studium und bereits Sportbusinessmanagement, kann ein Bachelor oder auch Master sein. Und die machen das in Kombination mit Kim Sportsmanagement. Und da sind wir ganz froh, dass wir einen Ansprechpartner von Kim Sportsmanagement haben, mit dem wir heute über die Stelle sprechen können. Und zwar sprechen wir mit der Julia. Sie ist die Leiterin von Kim Alumni und vom realen Studium bei Kim Sportsmanagement. Und wir wollen mal schauen, ob wir die Julia schon mit dazu nehmen können direkt. Hallo Julia. Hallo Stefan. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ich höre dich gut, sehe dich gut. Hörst du mich auch gut? Ja, klappt alles. Nur in zwei. Julia, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Premiere, dass du mal als Interviewpartner mit dabei bist. Sehr gerne. Aber eine spannende Stelle. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Bevor wir zur Stelle kommen, erzähl vielleicht mal ein bisschen was über dich und Kim Sportsmanagement und dann lass uns direkt über die Stelle sprechen. Sehr gerne. Also ich bin die Julia von Kim Sportsmanagement. Und ja, für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind eigentlich eine Marken- und Trendagentur aus München und entwickeln und betreuen die Marken von Sportvereinen aus. Wir haben ja den unterschiedlichsten Ligen von der ersten bis vierten Liga aus den allen größten Teamsportarten, sei es Fußball, Basketball, Eishockey, Handball und haben da mittlerweile, ja uns gibt es mittlerweile seit knapp 15 Jahren und haben da schon eben ein riesen Netzwerk. Und eine Sparte von uns, neben der Markenentwicklung und dem Marketing von Sportvereinen, ist eben das triale Studium, das es jetzt mittlerweile seit, ja, fünf Jahren gibt. Und es ist eben ein duales Studium mit einem dritten Part und das sind eben wir, Kim Sportsmanagement. Und ja, und davon bin ich genau die Leitung und bin eben ganz nah an den Studenten dran, betreue die Studenten und ja, so viel zu mir und zu Kim. Cool, spannend. Über den dritten Part, also über euch können wir später noch ein bisschen im Detail sprechen. Ja. Lass uns doch mal kurz über Rose Bamberg sprechen und über die Stelle, nämlich ein duales Studium im Bereich Sport-Business-Management. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann es sogar Bachelor oder Master sein, also können sich alle im Prinzip bewerben, ist das richtig? Genau richtig, also Bachelor oder Master und je nachdem würde das Studium dann zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre dauern. Und ja, die Stelle freut mich persönlich ganz, ganz besonders, weil ich sehr Basketball-Verrückt bin und es auch in meiner Heimat Bamberg ist. Und ja, Rose Bamberg, wer sich im Sport auskennt, gehört ja zu den Traditionsklubben im Basketball und ja, war in den letzten zehn Jahren, hat Bamberg auch zu den erfolgreichsten Mannschaften gehört, haben ja neun deutsche Meisterschaften, sechs Pokalsiege errungen und ja, Bamberg ist einfach eine total basketball-verrückte Stadt mit ganz viel Leidenschaft und die Stelle, wie du schon angeteasert hast, ist im Bereich Merchandise und Ticketing und ist dann eben verbunden mit einem Studium im Sport-Business-Management, genau an einer dualen Partnerhochschule. Und ja, zusammenfassend, was es für eine Stelle ist, das Ziel ist der Stelle, dass man schafft, dass die Leute ins Stadion gehen, dass die Leute Bock haben, ein tolles Basketballspiel zu erleben. Dann soll man die Nähe zu den Fans aufbauen durch den Merch, ja, so grob zur Stelle. Und für alle, die sich parallel vielleicht die Stelle mal anschauen wollen, wir haben sie auf unserer Website www.jobsinsport.de nochmal nach ganz oben gestellt, kann man sich gerne parallel die Stelle mal anschauen. Was sollte man mitbringen, wenn man sich dafür bewerben will, Jürgen? Ganz wichtig, man soll motiviert sein, man soll Bock auf den Sport haben, schon eine gewisse Affinität auf jeden Fall auch zum Basketball haben, zum Sport. Man soll selbstständig arbeiten können, ja, das sind so die groben, ja, Kenntnisse, die man mitbringen sollte. Motivation, Lust auf Sport, ja. Damit hast du ein paar Fragen reinbekommen, die würde ich vielleicht mal kurz stellen. Sehr gerne. Und zwar war eine Frage, muss man aktiver Basketballer sein oder reicht eine Sportaffinität aus? Also man muss nicht aktiver Basketballspieler sein, es reicht auf jeden Fall eine Affinität aus. Und ich glaube, wenn man dann auch diese Affinität hat, dann beschäftigt man sich ja automatisch mit dem Sport und kennt sich dann eben auch aus. Und durch eben die Arbeit dann auch im Verein, ja, auch wenn man jetzt kein aktiver Basketballspieler ist, dann bekommen wir automatisch auch mit, wie der ganze Sport und die Strukturen dann im Basketball funktionieren. Absolut, ja. Braucht man ein NC um dieses Studium, ist ja ein duales Studium, also Arbeit und Studieren, braucht man dafür einen gewissen Abschluss beim Abi? Nein, da gibt es kein NC, man braucht keine bestimmte Note. Man benötigt nur eine gewisse, also je nachdem, wenn man jetzt im Master zum Beispiel beginnt, braucht man eine gewisse Anzahl von Credit Points in wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, aber selbst wenn man die nicht hätte, könnte man das dann auch mit Kursen vorab nachholen, also ist gar kein Problem. Okay, cool. Das ist ja nämlich auch noch unter anderem dein Part, wenn jetzt jemand eine Frage hat, hey, ich habe folgenden Bachelor, möchte jetzt gerne einen Master machen, bin ich dafür geeignet? Genau, richtig. Genau, also wirklich jederzeit sehr gerne da an uns, beziehungsweise mich wenden und wir betreuen euch dann eben auch in den ganzen universitären Themen, sei es Uni-Anmeldung, sei es bei Studienplänen, sei es eben bei Fragen, ob man noch irgendwelche Kurse benötigt. Da sind wir dann auch unterstützend tätig. Cool. Und dann noch eine Frage, was den Einstieg trifft. Wir haben ja den 8.8. als Bewerbungsfrist, weil es ja, ich glaube, demnächst auch losgehen soll. Jemand hatte eine Frage, er würde gerne im halben Jahr beginnen. Geht das auch? Also bei der Stelle tatsächlich leider nicht, weil Bamberg so schnell wie möglich jemand benötigt. Gewünscht ist eben so der 1.9. so grob und deswegen in einem halben Jahr wäre es leider zu spät, weil eben gerade jetzt jemand benötigt wird. Ja, klar. Also neue Saison steht an. Genau. Und das ist, glaube ich, auch mit das Coole an der Stelle, dass man von Anfang an mittendrin ist. Ein Stück weit auch wahrscheinlich ins kalte Wasser geworfen wird. Aber das sind ja oftmals die Situationen, wo man dann rückblickend auch sagt, das war genau das, was ich gebraucht habe, weil ich gar nicht großartig die Zeit hatte, darüber nachzudenken, sondern einfach gemacht habe. Und da hat man, glaube ich, auch mit den größten Lerneffekt. Richtig. Und ja, Bamberg ist zwar ein Profisportgucker, aber trotzdem von den Strukturen her wäre das dann eben auch eine Stelle. Klar, man ist dann im Merchandise-Ticketing, das sind die Hauptaufgaben, aber man bekommt natürlich dann trotzdem noch ganz viel rundherum mit. Und das ist, glaube ich, auch total wertvoll, dass man dann auch in den anderen Sparten Einblick bekommt und dann eben so eine ganz breite Ausbildung am Ende hat. Und vor allem eben in Bamberg ist es auch wirklich so, man ist ganz nah an den Fans dran. Und ja, die Stadt hat also knapp 80.000 Einwohner, also trotzdem relativ gemütlich alles. Und wenn man zum Beispiel auch während den Playoffs durch die Stadt geht, das heißt dann ja auch immer die Red Wall oder Freak City, also man spürt dann wirklich diese pulsierende Leidenschaft für den Sport. Oder man zieht auch mal den Spieler durch die Stadt laufen mittags oder so. Also man ist da wirklich sehr nah an dem ganzen Sport dran. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was sehr Außergewöhnliches und Besonderes an der Stelle und an dem Verein auch von Bamberg. Cool. Ja, kannst du ja dann als Bamberger Aushängeschild ja auch persönlich davon berichten, von dem her. Angenommen, man möchte sich bewerben und schickt seine Unterlagen bei euch ab. Wie geht es denn weiter? Wie dürft so ein Bewerbungsverfahren bei euch an? Also wir scannen dann erstmal die ganzen Bewerber und dann rufen wir sie an und telefonieren mit allen, führen quasi die Vorabgespräche und dann leiten wir unsere Favoriten, die Leute, die am besten passen, dem Verein weiter. Und der Verein entscheidet dann eben final, wen er denn kennenlernen möchte. Und dann jetzt im konkreten Fall Bamberg ist es jetzt auch so, dass der Bewerbertag sehr zeitnah schon stattfindet. Da steht tatsächlich schon fest, das kann ich auch gerne schon sagen. Das ist dann der 16.8. An dem Tag finden dann die ganzen Bewerbungsgespräche statt. Und danach wird dann auch sehr zeitnah entschieden, für wen sich der Verein dann eben entschieden hat. Insofern ist es auch so, dass man jetzt in dem Fall auch wirklich sehr zeitnah dann Bescheid bekommt, ob man dann die Stelle letztendlich bekommt oder nicht. Das ist, glaube ich, auch immer interessant zu wissen, dass man einfach auch so einen transparenten Zeitablauf schon hat. Und man weiß genau, woran man ist und auch vor allem, wann man Bescheid bekommt. Ich glaube, das ist auch nicht so auf der Fall. Von daher toll, dass es dann bei euch so im Vorfeld schon so transparent dann auch verkündet wird. Und bei den Vorstellungsgesprächen sind dann eben auch also wir als Kim Sports Management dabei. Also meistens Manuel, den ja auch schon viele kennen. Und ich bin dann auch bei den Bewerbungsgesprächen dabei. Und sind dann eben nochmal unterstützend als Bindeglied zwischen Verein und dem Studenten dann dabei. Du hast ja eingangs gesagt, ihr seid, ihr nennt es auch Triades Studium, weil ihr als dritter Part mit dabei seid. Manu, der hat es schon bei dem einen oder anderen Interview kundgetan. Aber vielleicht für Leute, die jetzt zuschauen und die das bisher noch nicht gehört haben, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen, was ihr als dritter Part da noch für eine Rolle spielt. Eingangs habe ich es ja schon gesagt. Also zum einen betreuen wir die Studenten auch in den ganzen universitären Themen. Sei es die Anmeldung, sei es bei Studienarbeiten. Dann coachen wir die Studenten auch in den verschiedensten Themen. Sei es im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das ist auch ein wichtiger Part. Aber natürlich auch im Bereich Know-how, was die Studenten in der tagtäglichen Arbeit im Verein benötigen. Dann neben den Coachings ist so einer der Highlights unsere zwei halbjährlichen Schulungen. Da binden wir auch immer unsere Partnervereine mit ein. Jetzt mal so als Beispiel. Im März dieses Jahr waren wir in Köln. Dann waren wir unter anderem bei den Kölner Haien am Tag. Da haben wir einen Vortrag zu dem Thema Teamzusammenstellung bekommen. Dann haben wir sogar von den Trainern Coaching bekommen, durften dann selber aufs Eis. Die Trialen durften untereinander spielen. Dann waren wir am Tag bei Viktoria Köln. Da durften wir einen Studenten-Workshop erarbeiten, was dann auch wirklich dort umgesetzt wurde in der Praxis. Dann war die Marketingleiterin der BWL Basketball-Bundesliga da, hat einen Vortrag über Frauen im Sport gehalten. Das ist immer sehr vielfältig und bunt von den Themen. Dann neben den halbjährlichen Schulungen gibt es auch noch eine Hospitation beispielsweise, was auch nochmal ein Highlight ist. Also da darf dann der Student nochmal hinter die Kulissen von anderen Profi-Clubs oder auch kleineren Vereinen, je nachdem, was interessant ist, für die jeweilige Person schauen. Zum Beispiel vor kurzem war ein Student von uns beim 1. FC St. Pauli, dürfte da hinter die Kulissen schauen. Ja, und was eben noch ein großer Punkt ist, ist eben das Netzwerk. Also durch unser Netzwerk, wenn man dann Teil der Trialen ist, baut man sich dann als Student im Sport schon von Anfang an nachhaltiges Netzwerk, ein eigenes auf, was ja im Sport, wie jeder weiß, das A und O ist. Und ja, das sind so grob die Punkte des Trialen-Studiums. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viel mehr. Aber ich denke, das sind so die wichtigsten Eckpunkte und die Highlights, sage ich mal. Das mit dem Netzwerk kann ich übrigens nur bestätigen. Wir machen ja diese Interviews schon einige Jahre mit euch. Und dazwischen ist der eine oder andere schon mit seinem Studium fertig und hat dann eine Rolle im Sportbusiness bekommen und kam dann auch wiederum auf uns zu und hat gesagt, er hat damals das Interview gesehen und jetzt ist er fertig und hat eine Vollzeitstelle und sucht jetzt selber Personal und ist eben dank Kim Sportsmanagement dort reingekommen. Also das ist schon stark, muss man echt sagen. Was für Netzwerk ihr da jungen Leuten mit ins Sportbusinessleben mitgebt quasi. Also Respekt, was ihr euch aufgebaut habt und ist sicherlich für alle, die sich mit dem Gedanken spielen, so ein duales Studium zu machen, sollte sicherlich auch ein entscheidender Grund sein, weil es gibt ja momentan unglaublich viele Möglichkeiten, auch ein duales Studium, auch im Sport zu betreiben. Aber ich glaube, das ist nochmal was, was ich ein Stück weit abhebe von anderen und weshalb man da tatsächlich darüber nachdenken sollte, das bei euch vielleicht so machen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Stelle selber. Ich weiß das ja von den Klickraten, aber auch wenn man mit Abonnenten von uns spricht, die meisten achten auf Sportmarketing oder Sportmanagement oder Sportsponsoring. Und beim Ticketing und Merchandise klingt erstmal in erster Linie für viele von vornherein nicht ganz so sexy vielleicht. Aber man muss sagen, wir kriegen das auch von vielen Bundesligisten Mist, dass Ticketing, Vollzeitstellen und auch Merchandise, dass die Stellen mit Abstand am längsten brauchen, um zu besetzt zu werden, weil es einfach in dem Bereich viel zu wenig Personal gibt. Das sind unglaublich wichtige Positionen. Ticketing wird digitalisiert, Merchandise ebenfalls. Und es gibt ganz wenige Leute, die sich auch die doch verhältnismäßig vielen Stellen bewerben, was es zum Bereich macht, der, glaube ich, unglaublich spannend werden kann. Und vor allem auch haben die dualen Studenten, die das jetzt mit euch zusammen machen, die Möglichkeit, dort einer von wenigen zu sein und vielleicht auch wirklich eine gute Karriere einzuschlagen. Von daher sollte man vielleicht das eine oder andere Mal über den Tellerrand schauen und auch vielleicht sich Stellen genauer anschauen, die, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagt, das klingt für mich jetzt gar nicht so spannend. Ja, definitiv. Kann ich nur unterstreichen, ja. Julia, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und drücken euch die Daumen, dass ihr da weiterhin gute Bewerber und Bewerberinnen bekommt. Wenn noch Fragen reinkommen sollen, können sie sich gerne jederzeit an dich wenden, oder? Ja, jederzeit sehr gerne. Einfach über Social Media, über E-Mail, ganz egal, jederzeit gerne. Perfekt, Julia. Dann herzlichen Dank auch für deine Zeit. Gerne, gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen guten Start in den Tag heute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.